Na, ihr geilen schicken Knacker, das war ja bei der versprochenen geilen Folge PvP. Ja. Hallöchen. Los geht's. Eine unspektakuläre Begrüßung. Wow! Fuck! Scheiße, das ging schnell. Verdammte Axt. Ja, sorry, aber... Wie mein Charakter abwreckt, ey. Wreckt dort. So, äh, wo hakt das denn jetzt? Komm doch mal ran. Kannst du jetzt mal kurz meinen Beutel holen? Dann kann es weitergehen. Dein Beutel. Ja, das kann doch immer alles neu zu schieten, weißt du. Okay. Und dann? Fünf Sekunden hast du Zeit. Fünf! Gib mit! Zwölf. Drei. Zwei. Eins. Ah! Komm, ich brauche noch Blöcke. Ich komm gleich gar nicht ran. Blöcke! Ah ne. Uh, uh. Uh, ist kein Block. Blöcke, blöcke, blöcke. Blöcke, blöcke, blöcke. Blöcke, blöcke, blöcke. Richtig blöcke. Holz. Dankeschön. So, Rucksack, komm her Geile Sau Brauch dich Geile Sau, du Steh edel So, wo ist er denn? So Ich weiß auch nicht, wo er ist Wow Und wo kommt das denn? Ach, ich hab dich immer noch Ich muss dich mal kurz dingsen Oh, toll Ich seh es auch gerade Zack Ja, das Tracking ist noch drin Egal, da vorne war es irgendwo Bist du dir sicher? Relativ Das wird ja wirklich ganz Nö Wow Wo ist die Sau? Stirbt einfach nicht Die hab ich gar nicht kommen sehen Ja Schapaschapasch Mann, der Scheiß Zombie geht mir auf den Sack Scheißen Dreck Was ist los? Ich hab gesagt, scheißen Dreck Auch gut, es soll mich nicht stören Ist nämlich ganz klar Willst du den Ruckzuck wieder haben Oder das Cheat ist wieder drin Erstmal Das war eigentlich ganz ruckzuck Komm herz Wow Ruckzuck hab ich sowas wieder Da, der ne Acker Ja, ist da Von beiden Hä, wo denn? Da Alter Sniper Es scheint Erstmal ein Siegerschlückchen gönnen Freu dich nicht zu früh Die Rache kommt Mir röcheln die Zombies ab Ich kann mich kaum konzentrieren Die widerlichen Penisgeburten Die Rache kommt jetzt Hm Kommt sie das? Ja, ja Wow Hö Der Schuss kam eher Als ich dich gesehen hab Wie geht denn das? Ich bin halt gut Hä, wo ist er denn? Hä? Fuuuck Man Ich hoffe ich hau unsere Batrolls nicht mehr kaputt Noch halten sie Mein Skill in Athletisch ist gestiegen Erstmal ein Oh Ja, jetzt hat ich ein gländer Sollen wir hier abballern Oh Scheiße Mein Aim ist aber auch gay Was denn? Nun, ähm Batroll kaputt? Ja Ne Doch Meine ist noch da Scheiße Wo ist denn jetzt? Das ist so schlecht. Scheiße, das wusste ich nicht. Ich bin einfach mal gefühlt drei Kilometer entfernt. Du kannst doch fliegen schnell. Ja, das dauert ein bisschen jetzt, bis ich da bin. Scheiße. Ich erde dich mal kurz auf der Karte, damit ich auch sehe, wie weit du weg bist. Ist weit weg. Das sind zu viele Zombies. Ja, das ist, äh, das ist, äh, das ist, äh, oh ja doch, das ist, oh Gott. Das ist ein gutes Stück, ja. Das ist ein Flugzeug, was, äh, dürft. Goll. Äh, ach. Guck mal, ob meine Rakete, ah ne, die sinken ja auch irgendwann, wa? Mhm. Sonst hätte ich sie vielleicht gesehen, wenn ich gerade ausschieße. Einfach hochschießen in den Himmel. Verschwinden ist nichts. Was machen die? Hä? Verschwinden in nichts. In nichts verschwinden. So, warte, äh. Hä, wie bist du jetzt so schnell hergekommen? Tja. Teleport? Mhm. Ich muss auch mal mein Bett, äh. Cheatet ihr erstmal irgendwo ein Bett, wo es nicht so schnell kaputt geht? Äh, unten im Keller wäre vielleicht. Ja, ich glaube, der ist erstmal am besten. Willst du das auch gleich machen? Wäre nicht verkehrt, oder? Eben. Weil, äh, ja, sorry, Lungs, aber. Lungs, Lungs, äh, ja, Jungs. Wo, wo ist denn der scheiß Sleeping Bag? Ich finde das ja gar nicht. Was ist das? Dafür Bag? Bedrollen, diddly, diddly. Bedrollen ist das doch. Mhm. Äh. Eine Bedrolle. Toll, ich bin hier bei Sleeping Bag noch. Was ja damals so hieß. Ja, stimmt. Ähm. Ganz weit um. Ja, ja. So. So, jetzt, äh, wieder ab zu deiner Position. Dabei, dabei. Ja, warte. Was kriegst du für dich platziert? Jetzt. Keine Ahnung, egal. So, da passiert jedenfalls nichts. Zeit läuft, weißt du. Ja. Gut. Wo ist er denn jetzt? Ich dachte, Moment mal, die Tür geht, aber ich sehe ihn nicht, da kann nur von hinten kommen. Na, aus dem Tracking muss ich dich wieder nehmen, so. Problem war nur, die Waffe war nicht geladen. Oh, shit. So, jetzt hätt ich dich erwischt. Nimmst du mich auch wieder aus dem Tracking? Du, äh, ich hab dich erst gar nicht drin gehabt. Achso, ich hab dich ja, gut, okay, okay, okay. Ich hab ja mein Bag gesehen. Wo, wo, wo ist dieser? Wieser Sack. Boah, jetzt bin ich komplett verwirrt, weil ich überhaupt nicht weiß, wo du bist. Scheiße. Vielleicht ist er auch noch hier drin, oder was? Ich weiß es nur nicht. Vielleicht, vielleicht, vielleicht. Wow. Ich verspille's zu viel Overwatch. Nein, das ist es noch nicht mal. Ich finde den Overwatch voll schlecht. Mein Aim ist ultraste Grütze. Das hat man gestern gesehen. Ja, ne? Aber es macht trotzdem übel Spaß. Klar, ich treffe halt irgendwie nichts. Deswegen kann ich nur Junk Rage spielen. Also, wir haben den Konrad-Werfer. Richtig. Mit seinen komischen... Achtet auf den Gegenverkehr. So, wo ist diese Nudelsau? Wo ist er denn? Ich weiß es nicht. Wow. Du Spicefeld-Rennen sehen! Fuck! Der ist er! Ja Gott, das griff ich nicht wegen dem Mais, oder was? Alter! Wie viele Schrotleidungen hältst du aus? Das ist der Mais, der hält es ab. Ich halte dir auch gleich einen ab. Boah! Jetzt sack ich komplett, ey. Das gefällt mir so nicht. Nicht? Nee, ich habe nicht irgendwie so eine Gatlinge, oder sowas. Das wäre es ja, ja. Damit ich irgendwie komplett zubomben könnte. Aber habe ich leider nicht. Aber dafür wäre was anderes. Ja, die Zombies hier rumgekrexen. So, wo bist du? Ich bin entdeckt. Ach ja, wurdest du. Da sehen die Zombies schon mal besser als ich. Okay, ja, schießt. Der dumme Mais. Ich kann das gerade echt nicht zuordnen. Was ist er denn? Wow! Aha. Weißt du, der Granaten oder was? Nein, das ist der Crossbow mit Explosive. Wo ist denn der? Ich sehe dich gerade echt nicht. Ich sehe dich gerade echt nicht. Hä? Frage dich, wenn ich auch gerade stelle, wo bist du? Ja, wo bist du? Das ist eine gute... Das ist eine gute Frage. Siehst du mich, oder was? Nee! Ich trau dir ja nicht. Wünschte, ich würde dich sehen. Oh, da drüben! Im fucking Fenster! Wie ich es anfangs ermutigt habe. Nur war er gerade eben nicht zu sehen. Mamo! So ein Käse-Schmier, ey! Also dieser Crossbow ist schon was Feines. Ja! Definitiv! Definitiv! Genitiv, ja. Genitiv, dativ, sein Tod ihm. Ja, genau so. Das ist nicht passiert gerade eben. Hast du dich jetzt selbst getötet? Ja! Ich wollte versuchen, aus dem Maisfelder raus mal zu schießen. Und hab dabei den Mais getroffen. Ja, das ist total bescheuert, oder? Hä? Warum? Das war jetzt meine Chance gewesen. Aber nö. Lass mich erst mal raus. Dann geht auch. Mach ich auch. Da unten ist er! Die Sau! Ich weiß mich noch mal ein bisschen verarschen jetzt. Ich seh dich nicht. Wo stand der denn? Wo stand der denn? Auf der Treppe. Alter Schwede, ich hab mich aber selbst hochgejagt. Weil ich die Tür gehört habe. Und ich dachte mir, hey, jetzt hab ich nicht. Du Sau! Alter Schwede! Ich stellte mich schon wieder von hinten, weißt du? Was war das denn? Beziehungsstelle. Wow, das war die AK! So! So! Jetzt ist er bombt ja schon wieder hier. Alter! Wo ist denn der? Ich seh den gar nicht. Dieses Haus ist völlig hinüber, ey! Aber sowas von. Ich weiß gar nicht warum. Ich auch nicht. War das Schick hier eigentlich gewesen. Komische Gegend hier. Warum kommt man auch nicht mehr oben drauf, wa? Weil wir haben die Leiter komplett zerstört. Mhm. Ich hab den genau gesehen! Den Penner! Ich dachte mir so. Ist das Müllsack oder ist das Dave? Im Echt passiert mir die Verwechslung auch sauernd. Moment mal, ey! Moment mal, ey! Ich war die ganze Zeit in der Scheune drin. Dieses blöde Loch da drin, was du da gebuddelt hast. Ich buddel hier gar nichts, ey! Nein! Ach, ist das herrlich, Leute! Ist das was herrlich, sag ich euch! Das kannst du wissen, du! So, wo ist er denn jetzt wieder hin? Moment mal! Ach, ne! Wie laut dieses Kettensägen! Naja, das ist echt liebe. Huch! Ja! Wo ist er denn? Hä? Bin ich blöd oder bin ich blöd? Was? Du hast mich erwischt! Ich flieg ja durch die Gegend! Ich flieg ja gerade! Bin ich tot? Ja! Bist ein Penner! Alter Schwede, ey! Wow! Hat ja Angst gemacht, ne? Mickey Maus! Doch! Schön, oder? Komm, 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 mein kleiner Freund! Ja, ne, wenn du das so sagst! Ohne fliegen! Ich flieg auch nicht! Zum Glück! Das musst du halt nur einmal immer sein! Das musst du halt nur einmal immer sein! Aber keine Ahnung, wo du bist! Und das macht mir Angst! Vor allem dieses scheiß Maisfeld! Vor allem dieses scheiß Maisfeld! Da kann überall sein! Du weißt doch von der Probe, wo ich bin! Ne, weiß ich nicht! Weil ich nicht weiß, ob du im Maisfeld bist, oder bei der Scheune, im Haus, ich hab doch keine Ahnung! Ich frage jetzt noch, wo ist er gerade! Ja, Alter, das verrate ich dir doch nicht! Du kannst aber vergessen! Dass ich dir irgendwas verrate! Ich brauche irgendwo schweres! Irgendwie eine schwere Waffe, irgendwie sowas! Was hast du denn? Was hast du denn gemacht? Ich hab mich selbst abgeschossen! Mit nem scheiß Raketenwerfer, Mann! Mit nem scheiß Raketenwerfer, Mann! Das war keinem Dreck, ey! Oh, ne! So ging's mir mit diesem Crossbow! Unberechenbar! Ja, definitiv, ey! Unberechenbarer Scheißdreck! So, einmal bitte Waffen! Dankeschön! Ich hab zwar immer noch keine Ahnung, wo du warst, aber gut! Es hat mir ja recht sein! Ich war halt auf dem Dach, wie immer! Achso! Kleine Camper-Sau! Oh! Sie hält aber auch nichts mehr! Oh, ums! Alles klar! Ja! Einfach mal random reinhalten! Es funktioniert immer! Das ist voll gemein! Ja, ich bin Soldier 76, ja? Ich hab Aim-Board an! Ja! Ja! Ermerkung! Ey! Hol dir doch deinen Scheiß! Lass mich doch erst mal aufstehen! Du Arschkrampe! Alter! Hier fliegen Bretter! Warum steht das abgefeuert jetzt? Wieso? Du sponst es doch unten! Kann ja das doch egal sein! Ob ich hier... Der Maus sehen sie jetzt ziemlich scheiße! Immer die Maus sehen sie! Immer die ist dran schauelt! Immer die! Bums Headshot! Verkackter Sniper! Söhn ist bei Overwatch... Wie hieß der? Video Maker! Spielen! Mal gucken! Ich bin in der Filo momentan! Ich bin momentan bei Soldier! Beste! Ich nehm entweder Junk Raid oder Hanso! Han Solo! Ja! So! Wo ist denn da Keck jetzt hier? Kämt da wieder oben die Sau? Eeeaach! Wow! Und ich guck auch noch genau rein! Ich dachte mir... Sniper! Alles klar! Guckst da oben und auf einmal kommt so eine Rakete voll ins Gesicht! Schön! Eigentlich nicht schön, aber... Verkackter Kackzone ey! Sowas wie Mörse müsste es geben! Wie ist er denn da hochgekommen? Boah! Ohohohohoho! Ich glaub der hat dich nicht gesehen! Doch! Mannhung! Ich wollte meine Schießscharte schnitzen Mann! Ich schnitz dir auch gleich was! Ich schnitz dir jetzt ne Hasenscharte! Ich schnitt's dir auch eine, komm her. Ey, ich bin noch nicht mehr ges- Im Keller ist Waffenverbot. Dann halt nicht. Was? Ich hab's auch gut schnappen. Ich hab's noch. Schnell weg hier, schnell weg, schnell weg, schnell weg, schnell weg. Du drehst deine Regeln auch so, wie du willst, hä? Ja, natürlich. Naja, gut. So, hat er mal durch weggenommen. Wo ist er denn jetzt wieder? Das arme Farmhaus, ey. Das wird völlig demoliert. Ist er. Ja, wo ist er denn, hm? Ich seh' ich hab' heute nix mehr. Oder langsam so süß, düster. Düster. Süßternis. Bums. Mais. Ich hab' Mais erwischt. Aber wir waren nicht im Sichtfeld. Warum explodierten der scheiß Mais so einfach? Ich hab' keine Ahnung. Das ist ja blöd. Ich hab' keine Ahnung. Verkeimt! Ah! Das ist irgendwie doof gemacht. Das ist echt ein bisschen dämlich, ja. So. Bist du schon wieder draußen? Ich weiß gar nicht. Ich seh' grad gar nix mehr. Es ist so dünkel hier unten schon. Ja, es wird auch echt düster. Warte mal. Scheiß drauf, hier zu fließen. Wir müssen dann eben eine neue Welt anfangen. Wo geht's denn hier raus? Ach, da oben. Ich meine, im Nacht... Nacht... Nachts spielen ist auch sicherlich witzig. Ja. Ich hör' dich doch. Du scheiß Schubbler! Ich wollte hier grad wie ne Stuka runter. Hab dich doch Glück an, hör'n, du Sau. Mh... Wir haben aber grad das Bein ge... Alter, wie sieht's denn hier aus? Wollen wir uns jetzt noch ein paar Minuten... ...unser Ergebnis anschauen? Ja. Ähm... Ja. Lieber nicht. Okay. Ein paar Wände hat's noch. Ui, das Wohnzimmer ist hübsch geworden. Vor allem diese schöne Seiten-Panorama. Ja, ich wollte ja eh'n Durchbruch haben. Mh, mach' ich eigentlich grade. Wollte nicht cheaten, ich wollte äh... Alter. Mein Helm wieder aufsetzen. Es sieht echt, äh, schön aus hier. Licht machen. Ja, was ich muss mal... Das Wohnzimmer ist schon mal sehr schön. Dann haben wir hinten auf jeden Fall noch, äh... Also oben ist auch mittlerweile sehr großartig. Vor allem, wie gesagt, guckt man hier jetzt nicht mehr hoch. Da, vielleicht mal springen? Doch, man kommt noch hoch. Ja, passt. Ach, du Scheiße, ey. Ich hab vorhin aber gesehen, dass man klingst hier nicht bis zum Ende direkt... Au. Hast du das Bein gebrochen? Ja. Man hat's richtig knacken hören. Ja, man konnte hier direkt bis zum Ende durchgucken. Also hier hinten fehlt die Tür. Und hier kannst du direkt geradeaus durchlaufen. Au. Ist schön. Der Hintereingang ist jetzt auch weg. Es ist, äh... Jetzt ist ja alles nix, ne? Ja, ja. Einmal komplett das ganze Pornhaus einspringen. Ich war noch am Legen. Ja, ich wusste nicht, dass man das zerhauen kann. Ich wollte es nur ausprobieren. Ja, ne, du schießt mit Raketen auf TNT. Was soll schon passieren? Nein, ich hab mit nem Hammer draufgehauen. Ach so. Toll, du hast mein Sleevenbag komplett zerstört. Mal wieder. Oh, wir haben keinen Keller mehr. Oh, ich hätte gerne gesehen, wenn das Haus eingestürzt wäre. Aber du bist auch tot? Ja, ja, natürlich. Ich hab mit nem Hammer auf den Stingel gekloppt. Und wo bist du? Mitten in der Pampa, oder was? Ne, ich bin hier immer noch. Ach so. So, jetzt lass mich bitte erst das TNT platzieren. Danke. Hoppala. Ich hab ich schmeißen. Es nützt ja nur alles nix mehr. Ich schmeiß ein paar Pipe Bombs. Aber ja, nicht hier zur Richtung raus. Ich schmeiß ja nur die Pipe Bombs, ohne sie anzuzünden. Ach so. Noch ein paar Dinger reinschmeißen. Muss ja richtig schön laut sein. Alter, es hat den Keller... Ich hab's leider nicht gesehen. Guck mal, die Kellerhälfte ist komplett eingestürzt. Und das mit ein paar Stangen. Die damit scheint echt kräftig zu sein. Ich schmeiß oben auch noch ein bisschen was rein. Oh, oh. Das sprengt meinen PC. Meinen wahrscheinlich auch. Okay, Luna. Willst du, wirst du denn mal, wirst du denn mal? Gucken, was ist passiert. Hui! Wie der ist komplett. Alter Schwede. Es rufelt uns nicht. 2 FPS. Aber das Haus steht noch. Nee, es bricht zusammen. Jetzt bricht's zusammen. Aber ist schon geil gemacht, irgendwie. Ist ja unrealistisch, aber cool. Wie es einfach alles runterfällt. Wie so Kisten, die du von oben runterfallen lassen würdest. Ach, ist das schön. Unser gutes Farmhaus. Es hat einiges überlebt. Ja, aber jetzt... Ist die Zeit gekommen, dass das... Das sieht total bescheuert aus. Ein Haufen Holz einfach nur noch. Aber cool, dass die Dinger mittlerweile auch ne Physik besitzen. Und so Seitweskrippen und sowas. Ja, das ist also unser Farmhaus. Der Keller existiert einfach nicht mehr. Ich liebe ihn Becks. Ach, wer braucht das schon? Hallo! Oh nein! Hui! Alter Schwede. Alles klar, Leute. Wir machen so eine neue Welt. Besser ist. Die alte Schreitkräuter. Ja. Ein Schwener Endschrei zum Ende des Parts. Ich hab kein bisschen Ding weg mehr. Uns bohr'n jetzt irgendwann verbrannten... Ich fliege einfach mal komplett durch die Welt. Oh, hier ist noch ein Haus. Ja, schön für das Haus. Das ist, äh, Schluss. Sieht wirklich aus wie so ein Haus aus so einem Gruselfilm, ey. Was ein schönes Ende. Leute. Schön. Wir sehen uns. Bis dann. Das Wort zum Sonntag. Totale Eskalation. Aber fällige Eskalation. Schön. So mein ich das. Tschüss. Oh, Kacke im Klo. Vielen Dank.